Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. 4.12 Uhr in Mittelschwarm, ich sitze hier nicht allein. Nein, wir haben Wrestling geschaut, wir haben Smackdown geschaut, es ist ja die letzte Show for the Five-A-Series, Wargames und das heißt, heute ist viel passiert und wir haben eine Nachhause-Geh-Show gesehen, also so oder so ähnlich, darüber werden wir jetzt sprechen, die ganze Geschichte hieß Smackdown und war blau und das heißt, dass das besser war, als das, was montags dacht kommt und trotzdem rede ich mit dem Typen drüber, der Montagnacht total geil findet, hallo Marcel. Hallo Herr Flöter, das war ja sehr eloquent, wie du das gesagt hast, ich grüße unsere netten, freundlichen Hörerinnen und Hörer und alles, was dazwischen ist, zu dieser amüsanten Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde Wrestling, Unterhaltung, Smackdown war wieder, wir stehen einen Tag vor der Survivor Series und ich habe einen Gast bei mir, Videoreview auf Spotify, wer könnte das denn sein? Nein, ratet mal bitte jetzt in die Kommentare schreiben, wer ist dieser Mann hier an meiner Seite und was hat das für eine Bewandtnis, das werden wir später sehen, wenn wir über Shots hier reden, ich freue mich jetzt schon Herr Flöter und ich weiß, dass du es nicht tust, also freue ich mich doppelt. Ich freue mich darüber, dass wir diese Show bekommen haben, die kommt aus Providence, Rhode Island, ja, das ist eine Insel, das ist eine Insel, Marcel, das ist eine Insel, ist das die relevanten Insel? Man weiß es nicht. Nee, nein, 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 das ist eine ganz andere Insel. Aber weißt du was, das ging ja sofort los, die haben ja sofort mal, da standen ja die bösen Mädels im Ring, also die alle, also Damage-Gedrill, wie heißt die andere, Niki, ja, die war auch dabei, glaube ich. Die hat man aber gar nicht gesehen, ne, das war so sehr, sehr, also die war halt auch dabei. Aber die Ria war da, das habe ich gesehen, die war da, ohne, ohne Anhang heute, ja, heute ganz alleine. Ja, die steht im Ring, also wir haben keinen Endress gesehen, das heißt, da ging es ja sofort los, morgen ist Krieg, sagen sie uns. Hab ich mir gedacht, das ist ja Quatsch, da geh ich ja nicht hin. Und Bianca kommt dann direkt dazu, mit Team, ja, eine fehlt da ja noch und darum geht's, schätze ich zumindest, und es eskaliert ziemlich schnell, denn, ha, da ist sie doch, Racke, nee, Becky Lynch, bei SmackDown, einfach so, einfach am Anfang, zack, 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 nicht gelabert, großartig. Hast du nicht gewirkt? Du hast schon gemeckert, so, das ist doch eh Racke, vielleicht, Racke will auch keiner sehen, nein, 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 die hauen Becky Lynch raus, bei SmackDown, toll, geil. Ja, das Gute ist, jetzt wissen wir ja, wie die Teams aussehen bei den Frauen-Wallgames-Match, und dementsprechend könnt ihr jetzt, aber spätestens jetzt, aber auch die Tipps abgeben, bei Tippspiel, oder auf tippspiel.spotfight.de, ja, alle Patches können da mittippen, kommen in die Wertung, alle anderen können auch mittippen, müssen kein Patches sein, kommen da halt dann nicht in die Wertung, aber zur Basis-Habe können sie es machen. Das Schöne ist, das Schöne ist, Marcel, es gab keine Änderung mehr an der Karte, also zumindest nicht bis Ende von SmackDown, und damit ist unsere Karte jetzt fix, es sind wirklich diese fünf Matches, dabei bleibt es, das nehme ich mal vorweg, aber wir wissen jetzt, die Becky ist da, und das macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß auf dieses Wargames-Match der Frauen, also mir zumindest. Wir haben ja in der Preview, die gibt es auch bei Patreon, haben wir ein bisschen geungt, ah, weiß ich nicht bei den Frauen, ne, jetzt ist es besser, jetzt ist es besser. Ja, ach mit Becky, das ist doch toll, also auch direkt wieder, das ist gleich wieder frischer Wind, die Zuschauer finden es voll geil, war ein bisschen ungewöhnlich, dass das was SmackDown war, hätte ich auch nicht mit gerechnet, aber nehme ich doch gerne an, die Rhea Ripley hatte dafür gesorgt, dass die Bösen jetzt den Vorteil haben, weil bei dem Wargames-Match, gucken, ob die Becky dann, ob die direkt am Anfang dann reingeht, oder ob die hinten reingeht und die dann rettet, keine Ahnung, jetzt war die Rhea ja auch da, die will sich ja, die will sich ja eigentlich wieder hinter dem Dominik verstecken, und dann geht's da aber dann doch, weil der Dominik heute nicht dabei war. Naja, aber wir kriegen ein paar Subgetease, ne, gibt natürlich direkt ins Gesicht von der Becky, und die geht jetzt Bailey, also offensichtlich greift man das wieder auf, Bailey und Becky, ne, da macht ja sogar Sinn, Summerslam und so, ne, da kam die ja, und, hm, kommen wir nachher nochmal dazu, naja, dann stehen sich mal fast Rhea und Becky gegenüber, das ist das, was du meinst, weil Rhea geht dann einfach zurück, ja, da kommen dann die anderen, ne, komm, wir gehen. Die kann ja nicht flüstern und nix, das ist nicht ihr Ding, ne, und deswegen geht sie dann einfach. Ne, aber die hat ja die anderen Bösewichtinnen, und die sagen dann, hier, komm zurück, und dann sagt die, okay, und die Halle so, buh, das Schöne an dem Segment war ja, es war relativ kurz, also man hätte das jetzt auch wieder lange halten können, Bianca Bell hätte jetzt wieder sagen können, oh, ich gewinne, ähm, ich bin stark, IST, das Übliche, hat man alles nicht gemacht, einfach raus, äh, hat mich wirklich überrascht, also, warum macht man das so mit Becky, also hätte man, wäre das nicht morgen ein größerer Pop gewesen, oder will man doch irgendwas verkaufen, ich weiß es nicht. Ja, Herr Flöter, du bist doch Wrestling-Promoter, ne, du weißt doch, wie der Hase läuft, wenn die heute das große Becky-Debüt machen, dann gehe ich doch jetzt mal sehr schwer davon aus, dass die für morgen irgendwas geplant haben, und wollen sich da nicht irgendwie was wegnehmen, also jetzt, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, kann mir nicht vorstellen, dass sie dieses McDonalds pushen wollten, also, da wird schon irgendwas passieren morgen, da freue ich mich drauf, ich freue mich auch jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, Bösewichtinnen, ne, ich habe das genau gehört, Herr Flöter, wir gendern hier richtig, wir machen bei den bösen Wörtern, sagen wir sowas nicht, das darfst du nur bei den guten Wörtern sagen, bitte. Naja, gut, aber ich habe ja gedacht, in dem Moment, ne, das ging wirklich schnell, also sieben Minuten oder sowas, mit Intro und allem drum und dran, ich habe ja wirklich gedacht, da kommt hinten raus noch was, aber ich kann es vorwegnehmen, da passiert dann nichts mehr, wir kriegen noch ein paar Interviews, da können wir gleich drüber sprechen, aber, also wer jetzt gedacht hat, da kommt vielleicht noch eine Charlotte, und man macht ja manchmal sechs gegen sechs, könnte ja auch sein, nö, passiert alles nicht, aber... Lass die Bösen dann einfach sagen, fünf gegen, ach, komm, wir wollen da vorne, holen, das hat die Charlotte rein, passt schon. Nee, aber, aber du hast recht, ne, also warum macht man es heute? Wahrscheinlich, weil morgen irgendwas passieren könnte und man Becky nicht dagegen stellen wollte, könnte sein, oder weil man einfach noch... Könnte sein, dagegen spricht, letztes Jahr Summer Slap rieten wollte, da war ja Becky auch, plus Dingens hier, Brock Lesnar am Ende, also, keine Ahnung, aber ich bin gehyped, ich habe auch, ich habe schon gesagt, dass ich Bock habe, hört das an in der Preview, du hast gerade schon Werbung gemacht, aber das ist, glaube ich, die beste Preview, die wir jemals gemacht haben, vor allem besser als die letzte, ich muss mir noch entschuldigen, wir haben das letztes Mal ja leider vergessen gehabt. Ja. Nee. Was ich sagen möchte ist, Becky gegen Bailey, habe ich Bock drauf, können wir gerne machen, mal gucken, also, nutz dieses Wargames-Match einfach, um irgendwas aufzubauen, also jetzt mal irgendwie weg von dem Standard-Booms. Kannst du das Wargames wenigstens richtig sagen? Der ist zwar, hey, W und Böse, aber... Pass auf, pass auf. So, und damit gehen wir rein, ohne Umschweinheit... Ja, ohne Umschweinheit, oder was? Wo kriegst du denn jetzt die Schweine her? 4.18 Uhr. Was ist das? Ja, wir haben natürlich wieder live geguckt, da kann man auch mal ein bisschen neben der Spur sein. Ohne Umschweife geht es gleich weiter, weil die sagen, wir haben ja noch den World Cup, der ist ja auch noch. Und da haben wir ja gefahren letzte Woche, da gab es ja Brackets, ja, der ist ja Butchi, der muss jetzt gegen den Santos Escobar ran. Okay, das wird sich ein ganz nettes Match, denke ich mir so. Der Einklinker von Escobar war wieder so ein bisschen, naja, er sagt halt, ich gewinne. Okay. Selina kommt mit raus übrigens, und die kommentiert dann auch, die hat aber heute so einen roten Russenbuschel auf dem Kopf, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, Sie wissen schon, so ein Tier. Ja, irgendein Tier, die haben immer so Dinger, ich hätte ja Butch gesagt, aber das ist ja was ganz anderes, aber es ist auch Russisch, man darf auch gar nicht mehr Russisch sagen, Herr Fütter, mach das mal schnell weiter, bitte. Ja, mach ich schnell weiter, die macht übrigens eine Ansage am Kommentar, Richtung Blattlein, denke ich mir so, was, warum, aber naja, gut, ist wie es ist. Der Butch geht dann auf die Arme im Regen, das ist ja klar, der dominiert dann auch, wie man das so erwartet, das Match ist durchaus ordentlich. Der Sonntag flüchtet irgendwann mal, wir haben natürlich irgendwie noch dieselbe draußen, das wissen wir ja, wir haben ja auf der einen Seite noch den einen Mexikaner und den anderen, und Selina, aber die kommentiert ja. Und auf der anderen Seite ist, du kannst das ja wieder nicht, und Joaquin Wild, das ist, wenn du ganz tief einen unten im Hals hast, dann Joaquin Wild, dann ist das auch raus. Auf der anderen Seite stehen natürlich Rich Holland und Sheamus und wir denken uns so, jo, da könnte man was machen. Es gibt einen Fingerbruch nach der Werbung, das war super, der Butch musste vorher mal vom Turnbuckle runter, dachte ich, jetzt dreht sich das Blatt, nee, ist nicht so, nach der Werbung räumt er weiter ab, übrigens auch alle anderen Mexikaner, die so rumstehen, der dominiert schon sehr. Ja, und da könnte man ja, da könnte man ja als geneigter Wrestling-Zuschauer, könnte man ja drauf kommen, haha, wenn der Face dominiert die ganze Zeit, passiert noch was. Genau so ist es, es gibt nämlich einen Backstage-Brawl, ja, klingt jetzt doof, ist aber so, also auf den Tron, da kommt jetzt ein Backstage-Brawl, da sind jetzt die anderen, die Glattline und wer da noch so drin ist, der KO und der True, und das heißt jetzt nämlich, jetzt muss der Sheamus und der Rich Holland, die müssen jetzt ganz schnell Backstage, weil die müssen denen ja helfen, das sind ja die Glattline-Gegner-Kompanen, sie wissen schon, und das öffnet jetzt Tür und Tor, Tür und Tor öffnet das für die Mexikaner, Selina Abel und dann die anderen beiden attackieren den Butch, es gibt den Phantom-Chyber, es gibt Feierabend nach neun Minuten, und jetzt haben wir es, der Mexikaner ist im Finale, das werden wir bei der Fußball-WM vielleicht auch sehen. Das kann passieren, England ja ziemlich sicher, obwohl die ja gar nicht, aber ich darf auch gar nicht, wir reden auch gar nicht, ist ja auch egal. Erstmal England gegen Mexiko, war ja, habe ich nachgeguckt, sechs Siege für England, ein Unentschieden und zwei Siege für Mexiko, das ist die Statistik, also im Fußball jetzt, wenn es Fußball wäre. Ja, also ich fand das mit dem Brawl eigentlich ganz cool, dass man das mal so nebenbei, so einen Kriegsnebenschauplatz macht, und dass sie dann wegrennen, ist cool, ja, für Survivors-Virus-Team, aber nein, für den World Cup, also es ist halt, weiß ich so ein bisschen irgendwie, dass man jetzt sagt, der World Cup, das ist uns jetzt egal, der will nicht ins Finale, der Butch, wir rennen jetzt weg. Ja, aber die Heels gewinnen dadurch, und wir brauchten ja auch einen Heel, wie wir dann gleich später sehen werden, also das war schon in Ordnung. Das kann ich das schon vorher sagen, Marcel, weil es waren zwei Felsen. Kann er das jetzt schon vorher sagen? Ja, USA gegen USA, da habe ich übrigens keine Statistik gefunden. Da möchte ich übrigens sagen, an der Stelle fand ich die Reihenfolge ein bisschen komisch, ich hätte erst das Strowman-Rikosch-Ding gemacht, aber gut, was müssen wir machen, ist jetzt wie es ist, Butch jetzt raus, natürlich der einzige Heel, der noch da ist, das war halt Escobar, jetzt kann man aber sagen, naja, also für einen Neuling, platzieren die die jetzt ja schon mal ganz gut, der geht ins Finale, also warum denn nicht, also weiß ich nicht, die anderen sind halt schwach, oder sehen halt dumm aus. Warum ist es jetzt die Lina Vega, damit der Bloodline anfängt, okay, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, weil es ist Long-Term-Booking, aber jetzt erstmal, der Santos Escobar ist auch ein cooler Typ, also würde schon passen, gegen Gunther, ist halt hier gegen Heel dann, ne? Ja, mal gucken. Ja, wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir ja noch Strowman und Ricochet, das kriegen wir nachher noch. Jetzt kriegen wir erstmal ein Matchflow, und jetzt wissen wir ja, die Matchflows bei SmackDown sind jetzt eher so semi, ne? Also ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, man hat uns übrigens auch den Return von Becky noch drei, vier, fünf, vielleicht noch hundertmal gezeigt in dieser Show, das könnte sein, das fand ich aber gut, weil es immer die Musik, oh, 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 bin ich dabei, ne? Aber der Matchflow jetzt, der ist gar nicht so schlecht, es geht nicht um Wyatt, und es geht um NN9, wir kriegen nochmal alles zusammengefasst, und jetzt kriegen wir die Ankündigung, heute der Wyatt ist da, nämlich gleich als nächstes wird, so, ja, und der wird jetzt beschuldigt, der hätte angeblich den LA Knight, so, da will er sich jetzt stellen. Ja, da hab ich ja gedacht, die machen, also die wird angeklagt, und da hab ich jetzt gedacht, die machen so zwölf Geschworenen, übrigens eine meiner absoluten Lieblingsfilme, nur dass Blair Wyatt natürlich alle zwölf Geschworenen in seinem Kopf hat, das hätte ich interessant gefunden, kam aber gar nicht so. Nee, kam auch nicht so, also, der wurde auch nicht eingefroren, Demolition Man, mein Lieblingsfilm, aber das ist ein anderes Thema, der Wyatt kommt wirklich raus nach der Werbung, so ein Ding. Er sagt uns, mein Name ist Beryl, ja, ist es, absolut richtig, Halle findet's aber gut, und er sagt uns jetzt, wo ich hingehe, da starren die Leute mich an und flüstern hinter meinen Rücken, Marcel kennt das auch, aber der Rücken ist tiefer gelegt, von daher ist nicht so schlimm, hat mich nie gestört, sagt er, ich bin kein Tier, auch wenn die Leute einen Monster in mir sehen wollen, oder den Fiend, hä? Fiend gesagt, ne? Die Leute wollen in mir den Fiend sehen. Nee, wollen wir nicht, frag mal den hier. Frag mal ihn hier, den Tobi mal, ne? Der will den Fiend definitiv nicht mehr sehen, also hat er gelogen. Bin ich mir nicht so sicher? Hast du die Reaktion gehört da drauf? Also das, da gab's einen Pop. Ja, wo er das gesagt hat. Wo er das gesagt hat. Er hätte ja auch sagen können, ich will jetzt Arnold Schwarzenegger sein. Boah, Arnold, geil! Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen, aber du verstehst meinen Punkt. Ja, Sylvester Solomir ist gut gewesen, Demolition Man oder Sly, aber ist sie, also nicht Sly, also wieder andere, Snipes. Ja, wirklich. Stell dir mal an die zwölf Geschworenen und dann müssen die dann den Demolition Man verteidigen oder anklagen oder so. Und warum? Das ist nicht der Mann, der ich noch sein will. Also sagt der Fiend. Also der Barry White. Ich war es nicht mit L.A. Knight. Das sagt er uns. Er war es nicht. Ich war das nicht. Und wir haben ja die Sehnen gerade nochmal gesehen und wir haben nochmal genau aufgepasst. Also als der L.A. Knight letzte Woche dazu gehen wollte, da war ja im Hintergrund diese Figur. Und wir haben ja mal genau hingeguckt, das ist, es ist jetzt nicht der Onkel Howdy. Es ist halt so eine Maske. Eine Maske. Ah, ja, das war so eine andere Maske, ne? Haben wir falsch erzählt. Also seht uns das nach und also mir ja, ihm vielleicht ein bisschen weniger, weil er das ja letzte Woche gesagt hat, glaube ich. Hört euch auf alle Fälle die Review nochmal an. Hört euch auch nochmal unsere Raw Review an. Das ist echt nicht gut. Wir haben da aus Versehen irgendwas mit Krieg und so in den Tipp geschrieben. Das hat die Dude nicht so ganz gut gefunden. Aber das sage ich auch hier gar nicht. Das bleibt ja unter uns. Ja, auf den Tronnen, ne? Da liegt dann auch was. Vielleicht war es die Raw Review, aber vielleicht auch nicht, ja? Es war wieder, es war wieder der Onkel Howdy. Der sagt uns hier, jeder lügt, er lügt. Passt auf auf euch und wacht endlich auf. Es war jetzt wieder so der Moment, wo er eigentlich tickt. Aber er tickt nicht. Alles Lüge. Alles Lüge, sagt uns der Onkel Howdy. Ja, also ich glaube, so langsam verdeutlicht sich das dann schon irgendwie. Er sagt selber, er hat nicht den Alan Knight attackiert, sondern wir sehen ja auch letzte Woche im Regen, wie Braveheart auf einmal wieder umswitcht. Diese Augen, großartiges Visual letzte Woche. Das sehen wir ja. Er wird ja provoziert und jetzt klick und dann ist auf einmal wieder der Böse. Und jetzt sagt aber der Onkel Howdy und ich glaube dem, der sagt halt eben, du bist ein Lügner. Das ist alles Lüge, was du erzählst. Das ist der Böse. Ich sage dir, Braveheart ist der Böse. Das ist der Trick am Ende. Das habe ich von Tag 1 an gesagt. Und der hat nichts Klick gemacht, sondern Braveheart hat einfach böse Dinge getan und der Onkel Howdy will versuchen, den irgendwie da wieder rauszuholen. Ja, und was man jetzt halt anfängt, ist, dass die Halle oder die Reaktion von den Fans, die wollen ja diesen bösen Braveheart. Also die wollen ja gar nicht den Soften, den Weichgespülten. Die wollen ja eigentlich den, der durchdickt. Das ist ganz cool gelöst. Und da gibt es einen coolen Übergang, weil dieses Video läuft und dann sehen wir Braveheart nicht mehr im Ring. Man blendet wieder weg und ist aber direkt Backstage. Denn Alan Knight hat das natürlich angeschaut und wir sehen ihn jetzt das erste Mal nach der Attacke und er hat den Arm in der Schlinge. Er hat eine Krücke auf der anderen Seite. Und er sagt, der Kaila glaube ich war es oder der Megan Rant, was weiß ich. Die Konsequenzen werden hart. Und dann kommt nochmal so Mottenclip. Ganz kurz, mit einer Zahl. Ich glaube, das war eine Telefonnummer, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Es geht glaube ich um die Beratung. Also da gab es ja schon mal so ein Papierstückchen, als es noch 2R-Codes gab und da stand ja auch schon eine Telefonnummer drauf, wo man anrufen kann. Der ist ja wohl entlassen worden. Das war ja wohl irgendwie ein bisschen komisch. Also da ist er durchgekommen irgendwie. Ich glaube, darauf spielt man an. Mal gucken, was man jetzt vorhat. Also damit macht man das Ding hier durch für diese Woche und das heißt dann auch, der ist jetzt verletzt. Wir kriegen kein Match mehr für Survivor Series. Das ist gut. Die haben Alien Knight ausgegraben. Das haben sie gemacht. Erst begraben und jetzt wieder ausgegraben. Da war ja auch so ein Bierfass drauf und alles. Ganz schön schwer. Ja, also das Match will ich auch nicht sehen. Ich habe das auch in unserer Preview, die ihr jetzt auf Patreon hört. Geht ihr auf Patreon, drauf macht das, zahlt Geld dafür und dann hört ihr uns dann an. So habe ich es auch gesagt. Da habe ich das ja auch gesagt, dass ich das Match nicht sehen will. Also das ist noch zu früh, finde ich. Also bei Wyatt, du kannst die ganze Aura, kannst du alles wieder kaputt machen, wenn der jetzt einfach ein ganz normales Match macht mit irgendwelchen Rest-Holes und irgendwelchen Leg-Drops oder so. Nee, da hebt ihr das noch auf ein paar Monate. Deswegen finde ich das okay, dass man jetzt sagt, Elevate United ist verletzt. Das wird das Match wahrscheinlich nicht sein. Plötzlich sehen wir dann den Bravayat ja trotzdem irgendwie. Wobei das, was wir dann in Cardiff, nee, nicht in Wild Crown Jewel gesehen haben von Bravayat, das war ja auch nicht so toll. Also das war dann so ein bisschen wiederholt, das, was man bei SmackDown gesagt hat. Also wenn sie sowas vorhaben, dann brauchen wir dann auch nicht was Survivor-Sideos. Wenn sie ein neues Kapitel schreiben wollen, können sie es machen. Ansonsten lasst sie einfach raus. Das stimmt, ja. Gehe ich mit. Das Match wäre jetzt vielleicht zu früh gewesen. Ich hätte mir aber ein Match mehr gewünscht auf der Karte. Das sage ich auch in der Preview. Das wäre schon ganz gut gewesen. Das wäre ein mögliches Match gewesen, aber man hat natürlich wenig Zeit gehabt. Also entweder das Finale oder dann schon das Titelmatch. Ja, wäre schon ganz gut gewesen. Macht man alles nicht. Wir kommen nachher nochmal zu dem Thema, denn es gibt nachher nochmal eine andere Szene. Aber grundsätzlich muss ich sagen, diese Promo, die der Ellen Knight da trotzdem wieder hält mit Megan Morant, das ist doch 1 zu 1 The Rock. Und das ist geil. Macht das weiter, bitte. Lasst den Typen reden. Hat bei NXT auch geklappt. Ja, genau. Was ich nicht so gut finde, bekanntermaßen, ist Hydro. Hydro. Warum nicht? Ja, weil, warum? Aber die sind ja da. Die haben ja die B-Fap dabei und da war ja hier mit den Viking Raiders die letzten Wochen und da war ja B-Fader. Und was macht man dann, wenn man B-Fader hat? Richtig, man macht ein Tag Team Match. Ich sage jetzt mal so, das geht schnell. Also die Viking Raiders kommen raus mit Valhalla. Ja, Valhalla. Ja, ja. Das ist die Selle. Analogen. Ja, die heißt jetzt Valhalla. Ich habe das erst verstanden. Ja, die heißt jetzt Valhalla. Und die erklären uns das auch. Die erklären uns das auch. Die wissen nämlich, zu ihr sprechen die Götter, zu Valhalla und die sagt das dann den Raiders, also den Vikingers. So, das ist so eine Ragnarok-Geschichte. Ich habe das ja gelernt, das ist irgendwas Tolles. Wir sind das noch nicht vorweg. Es ist nicht Ragnarok-Geschichte, sondern, Herr Flöter? Es ist natürlich ein trutzes Match und die Viking Raiders dominieren das und machen deine Double Powerbomb als Finisher. Das ist super und die heißt nämlich Ragnarok. Boah! Und damit ist es ein Ratsch. Ja, gut. Tu mal nicht so, als wenn du bei Raw nicht was vorweg nehmen würdest. Jedes zweiten Block machst du, jeden zweiten Block. Du hattest nur zwei Blöcke. Ist das tatsächlich irgendwann aufgefallen, dass ich bei Raw nur zwei Blöcke hatte? Gut, dass wir das jetzt auch noch erwähnen. Danke, Herr Flöter, dass du mich bloßstellst. Ich war ja wirklich toller Typ. So, jetzt ist hier auch mein ganzer Witz weg. Das ist Sarah Lowe. Die heißt jetzt Valhalla. Das habe ich nicht... Es hieß ja immer Valhalla awaits. Also Valhalla wartet auf euch. Ich dachte ja immer, es geht jetzt um das Valhalla. Also der Himmel, der Norweger, der Wikinger. Nee, es ist Valhalla long. Das ist die Frau. Und da hast du mal gesehen, was die alles in ihren Haaren hat. Die hat so viel in den Haaren, das kann man gar nicht in den Haaren haben. Da ist ein Fell drin, da sind Hörner drin, da sind Knochen drin, da sind Federn drin. So sehe ich aus, wenn ich unter das Bett krabbele und dann wieder rauskomme. So sehe ich aus, was die da alles in den Haaren hat. Ein bisschen weniger Wikinger-Zeug, ein bisschen mehr Sachen, sage ich gar nicht, was unter meinem Bett ist. Aber zumindest keine Geweihe. Voilà, Brudi, hör auf! Valhalla long, valhalla long, 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 long. Das ist jetzt neu, ne? Das mache ich jetzt immer. Ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht an der Stelle. Das wollte ich eigentlich damit ausdrücken, Marcel. Ja, jetzt gönnt das den Wikingern doch. Hidro ist jetzt begraben worden, also Ende raus. Ja, endgültig. Ja, die Wikinger. Ja, die Wikinger. Kreuzzug. Nee, Kreuzzug haben die gar nicht gemacht. Was haben die immer gemacht? Ich weiß aber immer noch nicht, was jetzt wirklich der Mehrwert ist an diesen erneuten Repackaging der Viking Raiders. Sie haben das vorher schon alles zerstört. Aber jetzt gehen sie wieder. Jetzt zerstört es nochmal. Ja, aber mit Flüssig wie Hidro. Also ich, naja, ich verstehe das nicht. Aber gut, 5 Minuten. Was ich schon eher verstehe, ist der World Cup. Das ist ja eindeutig. Da gibt es ja ein Bracket jetzt. Da wissen wir genau, der Strohmann, der geht jetzt gegen den Ricochet und der Sieger ist im Finale gegen den Santos Escobar. Und das ist super. Das finden wir gut. Nach der Werbung kriegen wir aber das gar nicht. Wir sehen nämlich, und jetzt kommt es wieder, den LA Knight. Jetzt hatten wir ja vorhin gehört, das war nicht Bray Wyatt, hat er gesagt. Jetzt sehen wir LA Knight und der liegt diesmal hinter der Kiste eingeklemmt. Ich glaube, diesmal hat er Bein. Also wieder, also dumme Kiste, muss ich sagen, für ihn. Im Hintergrund war kurz eine Maske zu sehen, hat man mir gesagt im Chat. Ich habe die nicht gesehen, aber es wird wohl so gewesen sein. Und das macht man, bevor das Match startet. Also der Ricochet, der steht die ganze Zeit im Ring und der macht ja bestimmt Boom und so. Aber weiß ich nicht. Wenn ich die Aktion überschlagen, dann muss man da hin, dann muss der Ricochet ein bisschen warten. Ja, wer war denn das jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Du bist doch aus Augsburg. Du kennst dich doch mit Kisten aus und Puppen und so und Masken. War das das Urmerli? Urmerli? Kennst du den noch? Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ich bin ein bisschen verrückt. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, was ich dann gleich bei der Schotzi rausholen werde. Aber es ist egal. Ja, toll. Sagen wir einfach, es war toll, Herr Flöter. Das war gut. Aber wir haben trotzdem das Match Ricochet gegen Strowman. Der Braun hat, glaube ich, eine neue Musik und eine neue 3D-Grafik auf jeden Fall. Und Ronda bin ich mir sicher. Ja. Ich glaube, es war eine andere Musik. Ich bin mir, also könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ich glaube, es war eine andere Musik. Aber eine sehr ähnliche Musik. Ansonsten ist das jetzt natürlich relativ klar. Der Ricochet ist halt klein. Der andere nicht. Und dann ist es ziemlich dumm, wenn der Kleine dem nicht Kleinen eine Ohrfeige ins Gesicht gibt. Das findet der nicht Kleine jetzt nämlich ziemlich doof, weil der ist ganz schön groß. Und so läuft dann dieses Match. Dafür muss er dann übers Pult und ist dann tot, der Ricochet. Dummerweise finischt der Strowman den aber nicht. Gibt halt noch ein paar Flugstunden für ihn, aber er bringt es halt nicht zu Ende. Und was passiert dann? Genau das. Weil ich habe ja den Glaskugel poliert und unsere Jungs habe ich doch gesehen da und genau das passiert. Der Gunther kommt und zwar alleine. Der hat doch mit dem Strowman letzte Woche schon. Das ist doch ganz logisch. Jetzt müssen wir ja irgendwie was machen. Naja, die anderen beiden von Imperium, die kommen dann von der Seite und das lenkt den Strowman jetzt aber so ab, dass der klassisch Go-Log-Win-Style eingerollt wird vom Ricochet und dieses Match verliert. Mensch, ist das toll. Ja, ja, damit hätte ich ja nicht gerechnet. Das heißt also, was ich letzte Woche getippt habe, war völlig falsch, ne? Also ich habe ja gesagt, Butch gegen Strowman, jetzt wird es dann Thantoth Escobar gegen den anderen Ricochet. Ja, also der Strowman macht ja hier, guck mal, so klein bist du, der ist ja ungefähr zwei Köpfe klein, der macht dann so, der hätte noch so eine Gießkanne raus müssen. Bei Promill-Browser, da gießen ja die Männer, die Frauen die ganze Zeit und dass die auch größer werden. Weiß ich nicht, ich habe das gesehen. Wir gucken das. Wer guckt denn sowas? Das ist sehr witzig, es ist sehr witzig, aber es ist ja der Schirmweg, will ich auch gar nicht sagen. Es war die Rache der Flippi-Floppers, ne? Das war ja die große, große Story, in der Social Media aufgebaut wurde. Und der Gunther kommt jetzt aus zwei Gründen und das finde ich halt toll. Der kommt nicht einfach nur, weil er den verbrügeln will, sondern zum einen kommt der, weil der Strowman oder weil generell der Ricochet auch ein Amerikaner ist, der will ja nie wieder gegen den Amerikaner verteidigen, deswegen ist der wahrscheinlich jetzt für den Escobar, obwohl das nicht hier ist. Und zum anderen, die Matte ist heilig. Dieser blöde Braun Strowman hat mit dem Ricochet gespielt, das war eine Match-Story, das hat der Michael Cole sogar gesagt, der spielt mit dem. Und deswegen muss jetzt der Gunther kommen und sagen, hier, so nicht mein Freund, die Matte ist heilig. Naja, es ist ultra clever von unseren Jungs, den großen, starken Braun Strowman rausgenommen. Hat man eigentlich ganz clever gelöst. Es war vielleicht ein bisschen, also vielleicht konnte man darauf kommen, dass das passieren könnte. Man hat es dann aber auch genauso gemacht und das ist auch richtig. Unsere Jungs verheideln, quasi Braun Strowman, das ist das Match, was man dann trotzdem irgendwann machen wird um den IC-Title. Und jetzt haben wir halt Escobar gegen Ricochet im Finale. Das wird sicherlich ein cooles Match, weil die beiden halt einen anderen Stil werken können. Aber das sind halt auch Flippy-Floppers. Es ist halt keine Competition. Also ich bitte dich, Ricochet hat doch schon zwei Mal verloren gegen unseren Gunther. Das geht doch klar. Keine zwei Minuten. Ist ja jetzt noch eigentlich Schluss. Imperium hat ja noch nicht genug. Die fertigen jetzt den Strowman erstmal ein bisschen ab und der Ricochet ist eigentlich schon auf dem Weg nach draußen. Der steht eigentlich schon da beim Entrance, überlegt dann und die Halle so, ja Mann, hier zurück. Und das macht er dann auch und er will retten, klappt aber nicht so richtig und alle so, weil unsere Jungs immer noch überzahlen. Naja, der Strowman verteilt auch noch zwei Backpfeifen. Nicht an Gunther, weil der geht nämlich ganz schnell wieder und zieht seine anderen Jungs dann auch zurück und sagt, ha, nee, so blöd bin ich ja nicht. Und dann gehen unsere Jungs wieder und dann haben wir im Ring ja noch den Ricochet. Der hängt jetzt in der Ecke und jetzt hat der Strowman ja eine große Bratze, eine große Hand. Die streckt er ihm entgegen, ließ Hands und so und alle denken so, oh, hoffentlich macht er jetzt nicht den Ricochet kaputt, macht er nicht. Die sind jetzt ein Tech-Team? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, dann hätte er ja einmal einschlagen müssen. Die sind jetzt ein Shake-Hand-Team, das würde ich sagen. Der ist doch nett von einem Monster-Strowman. Das ist halt jetzt ein liebes Monster. Es gibt auch liebe Monster-Flitter. Das ist wirklich so ein, naja, gut, der Ricochet, ich glaube, der verliert dann jetzt gegen Gunther, ne? Und dann kommt der Strowman und sagt, oh, mein Freund Ricochet, Tech-Team sind die jetzt nicht. Weiß ich nicht, nee. Aber das wird dann so eine tolle und dann macht dann der Strowman dann auf einmal irgendwann den Gunther. Ich fände es ja gut, wenn der Strowman jetzt nochmal durch den Seamus durchgehen würde oder durch den McIntyre oder so. Dann erst Gunther, aber geht auch so. Naja, man baut das zumindest auf, ne? Also das wird es irgendwann geben, Down the Road, da habe ich auch Bock drauf. Ich brauche es jetzt aber nicht irgendwie im Zuge dieses Turniers. Also man hat es jetzt, naja, was heißt clever gelöst, aber man hat es gelöst, dass man Strowman jetzt auch mal eine Niederlage gegeben hat. Der wird es verkraften können, bin ich mir sicher, durch den Eingriff und du hast gleichzeitig einen Aufbau für ein Match, was es dann nach dem Finale, nach dem World Cup, der IC-Title-Match geben wird und dann ist es alles fein. Man hat ja dann ein paar Wochen Zeit bis Roy Rommel, habe ich gehört. Naja, mal gucken. Der Sami. Der Sami ist ja hin. Der ist natürlich auch da heute und der steht, also verziehungsweise der steht nicht, der kommt gerade erst an. Der will jetzt in die Bloodline-Kabine. Sehen wir, da steht nämlich ein Bloodline-Schild dran. Das ist total clever, weil da kommen wir ja auch selber drauf dann. Jetzt ist der aber noch gar nicht drin, denn der K.O. kommt dazu. Der Sami will ihn noch wegschicken und sagt, hau doch mal jetzt ab hier. Das bringt doch nichts. Und jetzt fängt der K.O. an, ihm ins Gewissen zu reden. Was passiert denn, wenn du etwas tust, dass sie anpisst? Ja, oder den Tribal Chief anpisst zum Beispiel. Das sagt er dem. Und der J., der wollte eigentlich gerade aus der Tür rausgehen und wir sehen, dass der J. jetzt hinter der Tür steht und zuhört. Ja. Jetzt wird es nämlich richtig interessant. Was passiert denn dann? Frag dann nochmal. Willst du wissen, was ich machen würde? Sagt K.O. zu Sami Zayn. Ich würde nicht warten, bis die gegen mich turnen. Also erstmal interessant, dass du turnen sagst. Ja, das ist ja auch so K-Fab und so. Aber er sagt quasi indirekt so, lande du den ersten Schlag und setz dich von denen ab. Und der J. hat das alles gemacht. Mind Games, ey. Also das war ja schon Filmkunst irgendwie. Das war sehr interessant, dass der J. da so den Spion spielt. Das ist ja sogar, das ist so eines der besten Beispiele, warum man einen Oscar für den besten Schnitt macht. Gut. Das verstehen ja viele gar nicht. Schnitt, du machst halt eine Szene, Szene, Szene und dann schneidest du das zusammen. Was ist daran so toll? Gerade so eine Szene. Also du kannst ja, Sammi redet mit Kevin Owens und der J., der steht daneben und hört zu. Du kannst es auf drei verschiedene Arten schneiden. Du kannst machen, entweder am Anfang weißt du sofort, der J. ist da oder während irgendwas passiert, während des Gesprächs, sehen wir, oh, der J. hört zu, sowas diesmal. Und beim dritten kannst du machen, man sieht es gar nicht, sondern erst in der späteren Szene wird aufgeklärt und fuck, der hat zugehört. Das fand ich ganz interessant. Ich kann nur ein bisschen klug scheißen. Aber das ist ganz interessant. Und das spielt ja gleich dort eine Rolle und zwischen dem J. und Sammi, das passt schon wunderbar. Das kannst du so machen. Vor allem Kevin Owens, der schleicht sich da jetzt schon ein bisschen rein. Naja. Kevin Owens, also vielleicht will der gar nicht den sehen, vielleicht will der ja in diese Blattlein und dann von innen heraus vielleicht an den Roman nach, vielleicht eventuell. Hat er ja gesagt eigentlich, ne? Ganz klar, er will über dieses Match zum Roman. Macht den ersten Schlag, ja, und dann irgendwie. Hat er das gemacht verbal eigentlich, so, naja, mal einen Samen gestreut, sagen wir es so. Und jetzt geht KO einfach weg, ne? Und die Tür geht auf. Ja? Und dann kommt der J. raus, tut so, als würde er gerade rauskommen wollen, ja, der hat natürlich nichts mitgekriegt. Und fragt er, also Sammi, wo warst du denn? Ja, ich war zu spät und überhaupt, ich bin gerade erst angekommen, sagt der Sammi und dann fragt er den Sammi knallhart und du hast mit noch niemandem gesprochen, seit du hier angekommen bist. Nein, ich bin ja gerade erst angekommen, sagt der Sammi und jetzt weiß der Jay natürlich, dass der Sammi lügt. Das Problem an der Sache ist, es weiß halt wieder nur der Jay, ne? Hast du gleich gesagt, ah ja, dann wird ja wieder keiner glauben am Ende. Ja, ja, weil die gucken ja kein Smackdown, das haben wir ja schon gelernt, das ist ja, die sind ja auf relevanten Insel gerade irgendwo, also der Roman zumindest, die anderen sind ja alle da und macht die Arbeit. Der Roman, der bereitet sich noch ein bisschen Info auf sein Wargames Match. Da weiß ich nicht, habt ihr das gesehen, aber ich glaube, der Paul Heyman hat es wahrscheinlich gesehen, ne? Mal gucken, aber es kann durchaus sein, dass man dem Jay jetzt nicht glaubt. Das wird wohl so sein, aber kommen wir mal drauf, es wird halt nicht mehr thematisiert, das kann ich schon mal wegnehmen, aber wir sehen die Jungs natürlich nachher nochmal am Main Event. Jetzt sehen wir erst mal Becky Lynch, ne? Die ist ja wieder angekommen, ist jetzt Backstage. Kayla, die Investigativjournalistin, ist natürlich wieder am Start und sie muss das fragen, was jeder kluge Mensch nicht fragen würde, wie fühlt sich das an? Naja, sie sagt, Becky sagt uns, sie hat ja viel Zeit jetzt gezwungenermaßen darüber nachzudenken, wie sie denn die Damage Control zerlegen wird und das wird sie dann morgen machen. Ja, okay, alles klar. Ja, glaube ich auch, dass sie das macht. Warum denn nicht? Das ist doch. Jetzt kommt, also einer, es kommt wieder einer von vielen Survivor Series Wargames Clips, das ist aber einer, den haben wir noch nicht gesehen. Da geht man noch mal alles hin durch, das ist ganz lustig, weil die haben sogar die Anfangsszene von dieser Smackdown schon mit reingeschnitten. Also das war ganz cool, man geht noch mal alle Matches durch, die Wargames Matches, blablabla. Das war clever gemacht, hat mir gut gefallen. Generell, die Musik haben wir ja schon gelobt, es ist endlich wieder Aussie aus, das ist wieder Rock, das ist wieder, das ist wieder, das fühlt sich wieder richtig an. Zum Royal Rumble kommt diese eine Tante, die bei, Frau, Sängerin, die bei Wetten, das war, die ich nicht kannte und wo wir beide gesagt haben, das ist wieder so, wie vorher, Extreme Rules, Tate Big Ray heißt die. Genau, die meine ich. So, und die wird definitiv, das ist jetzt, wenn die bei Tommy Gottschalk ist, dann wird die doch wohl auch bei Roy Rumble den Song machen, kann ich mir doch nicht sagen. Weiß ich nicht, aber der Clip war gut. Die anderen Clips, die haben wir halt schon mal gesehen heute. Genauso übrigens auch das Comeback von, hab ich schon gesagt, Na egal. Was wir nicht gesehen haben, ist ja, wir haben ja ganz vergessen, also da ist ja heute noch ein Tag Team Match angekündigt gewesen, Schotzi und Rackel gegen Ronda und Shayna, weil die wollen ja nochmal sich richtig eingeben, bevor morgen das große Titelmatch für Schotzi einsteht. Das Problem ist, Schotzi und Rackel kriegen jetzt Backstage aufs Maul. Von eben jener Ronda und jener Shayna Basler. Ist jetzt ein bisschen blöd, da ist ja diese Kiste, also so eine ähnliche Kiste, wo vorhin schon der Ellen Knight eingeklemmt war, die steht jetzt da, mit so einem Deckel, so eine schwere, so eine, keine Ahnung, was man drin verstaut, was so Tonmänner umher schieben, so eine Kiste halt. Und jetzt wird da der Arm von der Rackel eingeklemmt, Deckel drauf, Bam, Arm kaputt, die Schotzi kann nichts dagegen machen. Idee, es rollt es. Also erstmal Rackel voll Trottelin der Woche. Ja, warte mal. Wollt ihr eigentlich jetzt Schotzi unter die Arme greifen, jetzt hat sie selber Arm gekriegt. Die Kiste weiß ich nicht, was ist denn da so drin, so Kabel oder so, das war so ein Kabel-Salat da drin. Jo. Jetzt ist ja die Schotzi alleine, ne? So. Die Schotzi hatte keine, also die hat keinen Panzer gehabt, hast du das gesehen, als sie reingekommen ist für Flüter? Die Schotzi hat keinen Panzer gehabt. Bin ich doch noch gar nicht. Nein. Denn nach der Werbung kommt noch Ronda und Schäne jetzt erstmal in die Halle und sagen uns, haha, guck mal hier, die kann ja jetzt nicht, schade. Übrigens eine klassische Monobraue, ja? Also Augenbrauen, Mono, eine bei Ronda. Das war The Raccoon, war das, von South Park. Und die Ronda hat aufgehört an den Augenaußenseiten und die Schäne hat an den Augenaußenseiten angefangen. Das heißt, die sind ein Tactic. Wenn man die übereinander legt, dann hat man einmal so ganz rum, so wie Geordi von Star Trek, wenn du den kennst. Oder wahlala. Naja, ist wie es ist. Echt schön. Echt schön, diese Fäde und diese Augenbraue. Leider kein Match, heute sagen sie uns, schade, denken wir uns. Schotzi, bleib lieber am Kindertisch, wenn die großen Mädels spielen, sagt die Schäner noch. Und dann kommt die Schotzi, die ist ja doof. Und jetzt hast du es gerade schon geteased, die kommt ohne Panzer. Und die will jetzt ein Handicap-Match machen. Wie doof ist die denn? Jetzt mal ernst. Ja, eigentlich könnte Schotzi auch theoretisch den Volltrott. Aber ich fand die Rackel eigentlich schon blöd, aber die hatte jetzt auch den Arm kaputt. Und jetzt kommen diese beiden Herren hier ins Spiel, die ich gerade schon gezeigt habe. Das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Ihr müsst auf YouTube gucken, sonst seht ihr das nicht. Das ist jetzt nämlich hier, das ist Originalgröße. Guck mal, wie die Lied die sich haben. Der Tobi und der Pär. Das sind zwei der Figuren, die mir die liebe Nini-Jar geschickt hat. Du kennst die aus dem Chat. Sie war sehr nett und sie weiß, dass ich mich bei Dortmund WWE live sehr geärgert habe, dass ich nicht Panzer fahren durfte, weil die Schotzi ja immer mit dem Panzer da war, außer in Dortmund. So, und was hat diese Liebe Dame-Frau-Nini-Jar gemacht? Sie hat mir einen Panzer gebaut. Sie hat mir einen Panzer gebaut. Guckt euch das an. Tut mir leid, wenn ihr jetzt wach geworden seid. Ich schlafe mir auch viele ein, wenn sie uns hören. Und jetzt guck mal bitte, wer auf diesem Panzer drauf sitzt. Guck es dir doch bitte mal an. Ich kriege das nicht. Die kann man da. Das bin ich mit dem Schwert in Dortmund. Es ist so toll. Es ist so ertraumt. Es ist wirklich so. Du kannst mit dem Panzer wirklich, du kannst von links fahren. Du kannst von rechts fahren. Es ist wirklich ein Traum und es lohnt sich auch. Also spätestens jetzt lohnt es sich wirklich, diese Video-Reviews auf YouTube mitzunehmen, weil da hat man einen Mehrwert. Da sieht man wirklich den Panzer ganz toll. Es steht sogar vorne, tanking care of business. Es ist sogar ein Schotzi-Panzer. Es ist also, besser geht es doch gar nicht. Also ich möchte, ich möchte eigentlich meine aktive Podcaster-Karriere jetzt beenden. Nochmal Entschuldigung, dass ihr jetzt gerade wach geworden seid. Ich wollte ja nicht so schreien, aber das sind die Emotionen. Die Nini ist eine ganz tolle Frau und um das aufzuklären, diese kann man hinstellen. Das sind Hinstellteile und es sind wirklich, es sind tatsächlich bei diesen Panzer-Kanonen-Kugeln dabei und ich kann jetzt jeden Podcaster meiner Wahl hier, also die beiden zumindest, kann ich abschießen damit. Das mache ich vielleicht morgen. Herr Flöter, findest du das nicht auch toll? Möchtest du jetzt auch mal liebe Grüße bitte rausgeben an diese tolle Nini-Unterstriche? Die Schotzi, die ist ja alleine jetzt in diesem herrlichen Match und die dominiert erst mal. Die Champion-Titelträgerin, die Titelfrau und die Shanna-Bessler. Das ist ja total lächerlich. Finde ich aber total toll. Als ihr das dann nicht mehr tut, kommt die einarmige Banditin dann doch noch. Ja, ja, die Rackel kommt mit ihr Klimpe, Klimpe und Mexikantischer Musik. Total gut. Es gibt einen Blind-Tag. Oh, jetzt habe ich den Salat wieder ausgespuckt. Das ist ja ekelhaft. Den habe ich gerade gegessen. Entschuldigung, Marcel. Hast du irgendwas erzählt? Du hast ja keine Sorge. Jetzt sag mal was zu dem Panzer. Ey, was bist du undankbar? Nur weil du keinen gekriegt hast, oder was? Der Blind-Tag, Marcel, da möchte ich mit dir drüber reden, weil der war gar nicht so blind, weil der muss man wiederholen. Das war ziemlich dämlich, aber man tut trotzdem so, als wäre es nicht so. Bei den Heals war das. Hat die nicht gesehen, die Rackel. Ist, wie es ist. Jetzt geht es auch dahin. Ronda macht einen Armbar am kaputten Arm und entscheidet David dieses große Tag-Dematch, was ein Handicap-Match war, was dann ein Tag-Dematch wurde. Das war total gut. Und jetzt bin ich total heiß auf Schotzi gegen Ronda Rousey morgen, Marcel. Das ist normal, Originalgröße hier, ne? Der Tobi ist wirklich riesig und der Pär. Ach nein, Herr Flöte. Ja, das war auch toll, das Match. Ich weiß nicht, warum du jetzt auf einmal wieder über dieses Schotzi-Match reden sollst. Unfälle passieren, sagen sie doch. Kann ja auch mal passieren, was soll es. Dann ist das jetzt halt so. Dann lass sie doch kämpfen und ich hoffe, dass die Schotzi das gewinnt. Ich mag die Schotzi jetzt einfach nur aus Prinzip. Einfach nur, um dir zu sagen, Edgepage. Achso, bist du fertig? Nächste Woche übrigens läuft Spectre wieder auf FS1. Das ist wieder so eine ganz große Show. Da werden wir wieder die 700.000 knacken und da ist Finale, Marcel. Ja, Gesundheit, Herr Flöte. Muss ich jetzt sagen, rein aus Höflichkeit. Danke. Entschuldigung. Ich habe noch ein bisschen Käse in meine Hand gehüten. Ist ekelhaft. Ist ekelhaft. Das ist jetzt keine Sünden. Bestraft der Liebe Gott sofort oder in wen auch immer ihr glaubt. Es ist einfach so. Du hast es disrespektvoll, gerade eben, als ich hier wirklich tolle Hörerinnen und Hörer und alles. Ich liebe diese Community und du isst einfach einen Salat dabei. Aber wo schaut sie? Lass sie da Bescheid. Also Kayla Braxton, die steht jetzt vor der Arztkabine. Da steht Doktor dran. Keine Ahnung. Da kommt die Schotzi jetzt raus. Wir sehen aber nicht, was da los war. Und sie sagt uns jetzt, der Arm ist gebrochen. Der Ellbogen ist ausgekugelt oder so ähnlich. Und dann sagt sie, also da macht sie einen auf Mitleid. Da macht sie jetzt einen auf, jetzt muss ich krampfer-faced sein. Ich wurde ja auch gepullied. Ich wurde gemobbt in der Schule. Ja, guck dir deine Frisur an und deine Tattoos. Da weißt du auch warum. Vollkommen zu Recht, wie ich finde. Ich nehme das nicht ab. Ich will das nicht sehen. Ich habe da keinen Bock drauf. Jetzt ist es persönlich, sagt sie uns und sie wird morgen die Ronda ausknocken oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Sie gewinnt es jedenfalls. Gut, dass du uns das noch gesagt hast. Ja. Ja, war gut. Also ich muss gestehen, ich war ein wenig emotional unterwegs, als ich diesen Panzer gesehen habe. Ich habe mir das Match nicht angeguckt und auch nicht, was danach passiert ist. Ich gebe es ja zu, Schande über mich, über meinen Haupt und über alle, die mich kennen. Vor allem über alle, die mich kennen. Aber tut mir auch leid, Herr Flöter. Das kannst du nur gut machen, wenn du heute dafür sorgst, dass wir mindestens 100 Kommentare unter diese Review kriegen. Und bloß. Liebe Leute, liebe Leute, wenn ihr das jetzt hört, ich brauche eure Unterstützung. Ich weiß, es hören nur 50 Leute diese Review, weil wir sind vor dem Pay-Per-View und Herr Flöter ist dabei. Aber wenn wir das hinkriegen, 100 Kommentare in diese Kommentare. Es reicht, wenn ihr einfach nur reinschreibt, Marcel Weber, geilster Typ der Welt. Mehr braucht es nicht. Ja? Wenn wir diese 100 Kommentare schaffen, dann haben wir es dem Flöter gezeigt und dann wird Herr Flöter morgen Survivor Series nackt moderieren. Wenn diese Review 250 Daumen nach oben bekommt, mit Marcel nie wieder über Panzer reden. Macht was draus, Freunde. Mehr kann ich euch nicht anbieten. Ich kann euch noch anbieten, dass jetzt Many Men Zeit ist. Es war noch eine halbe Stunde oder sowas ähnliches. Es kommt noch fünfmal Werbung. Man kennt das ja, das Übliche. Jetzt haben wir ja natürlich noch dieses große, große Match-Vorteil beim Wargames-Match. Heute geht's. Ja, ja. Ju und Sheamus gegen die Usos. Wunderbar. KO kommt aber als erstes raus. Das war ganz lustig, weil der kommt wieder alleine. Dann kommen die anderen alle zusammen, der Ju und die Brutes und alle so. Ja, wir sind ein Team. Nur KO, der stoppt vorweg. Also der hat gar keinen Bock. Der ist halt der Pricefighter. Naja, was will man machen? Das ist in Ordnung. Die gehen jetzt, wie gesagt, gleich gegen die Usos. Wie gesagt, aber KO ist nicht so wirklich, ist der kompatibel mit dem? Ist der vielleicht wirklich mehr Heal, als man alle denken wollen? Oder ist der einfach nur clever und sagt, mir ist das scheißegal, was ihr da macht. Ich hab das ja mittel zum Zweck. Hat er ja eigentlich auch gesagt. Pricefighter. Ja. Pricefighter. Der will das gewinnen, damit er am Ende Roman Reigns kriegt. Das ist sein Ziel. Und dann will Sammy wahrscheinlich dann noch für seine Irgendwaszwecke dann missbrauchen oder so. Was soll der denn da mitmachen? Das ist dem doch furcht. Aber das gehört, glaube ich, auch jedes Jahr dazu, dass dann immer einer dabei ist, der gar keinen Bock hat, wo du dann denkst, oh, der macht da eh nicht mit und am Ende ist er wahrscheinlich der, der alle rettet oder so und dann passt das auch. Ja, schauen wir mal. Die Usos kommen mit Sammy und Solo raus. Also da gab es jetzt keinen Knatsch mehr irgendwie. Obwohl Jay das gehört hat, das thematisiert man heute auch nicht mehr so richtig. Baut man was auf, glaube ich. Der Tribal Chief ist nicht da. Der Paul Heyman auch nicht. Weil, klar, der muss ja morgen arbeiten. Der hat ja heute keine Zeit. Der muss ja auf der relevanten Insel ein bisschen entspannen. Mir fällt auf, dass Charles Robinson der Ref ist. Und ich denke mir so, boah, wenn ich hier keinen Bump kriege, dann weine ich aber. Das denke ich mir, während du über Panzer redest oder so ähnlich. Naja, was will man machen? Ich rede über Schotzis Panzer. Ich stelle das nochmal klar. Das ist kein Panzer. Das ist der beste deutsche Panzer, den es gibt auf der ganzen Welt. Alle anderen deutschen Panzer, die gehen gar nicht. Das ist der Einzige, der fahren kann und manchmal auch fliegen. Ich meine natürlich nicht die Panzer an sich. Habe ich auch gar nicht so viel Raum hier im Zimmer ohne den ganzen Panzer hier hinzustellen. Die sind groß, Herr Flöter. Das ist Schotzis Panzer. So. Ich finde Panzer immer noch doof. Doof. Das Match, wie man sich das vorstellt, man teast immer wieder den Brawl zwischen den Teams, die da draußen sind. Da catcht man wieder ein bisschen rum. Jay und Sammy sind sich nicht grün. Na klar. Das teast man auch immer wieder. Genauso wie Drew und Solo. Das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann noch kriegen. Also Solo, Solo. Verstehst du? Gegen Drew. So ein Ding ist das. Ja klar. Der Drew muss dann gegen die Treppe. Wir müssen in die Werbung. Da gibt es ein Double-Hot-Tag und wir warten alle weiter auf den Brawl. Der Sammy will dann eingreifen als erster und der kassiert aber selbst erstmal ein und dann sieht er nichts mehr. Ich dachte schon, ist ja total doof. Jetzt wird er gleich den Jay hauen. Macht er aber nicht. Haben sie nicht gewirkt, ne? Das hat er nur gemacht, damit so einer wie du dann sagst, haha, ich hab dich durchschaut, Match. Ich weiß genau, der Sammy haut gleich daneben. Nee, hat er nicht gemacht. Hat er nicht gewirkt. Hedge-Bedge. Ich mach nochmal die lange Nase. Hedge-Bedge, doppelt lange. Nee, aber als er dann wieder sein Augenlicht zurückerlangt hat, sieht er dann, dass der Sheamus gerade Superplex machen möchte. Das ist natürlich total doof für ihn. Dementsprechend guckt er den Sheamus langsam vom Seil und dann splasht der Jay. Dann splasht der da drauf. Reicht aber, du bist zwei und dann, dann geht's endlich los. Wir hatten endlich die Marke erreicht, die Zeitmarke. Ja, komm, jetzt Brawl. Aber endlich. Endlich. Nennen wir es vielleicht noch einen McIntyre-Dive nach draußen. Der dann alle wegräumt. Das ist okay, das kann man so machen. Nur KO. KO steht halt rum und guckt. Der macht nix. Der ist einfach nur da. Naja, körperlich anwesend, oder? Ja, der hat keinen Bock. Reicht ja aus. Das war ja halbe Schulzeit. Körperlich anwesend reicht meistens dann auch. Aber es passt ja genau zur Rolle. Naja, was auch zur Rolle passt, ist, dass dann Semmy natürlich trotzdem noch irgendwie dafür sorgen will, dass jetzt seine Usus hier gewinnen, damit die morgen einen Vorteil haben. Darum geht's ja immer noch. Und dann holt er einen von den Tech-Bels, von den Smackdown-Tech-Bels, muss man sagen, von den Blauen. Damit will er jetzt rein und zuschlagen. Jetzt kommt der KO, aber doch, er bewegt sich dann. Er kommt auf ihn zu. Die stehen dann beide so zwischen Pult und Ring und sagen, willst du das wirklich tun? Sag mal, ist ja jetzt Quatsch. Mach das doch nicht. Also, überleg doch mal. Und dann macht der Semmy aber einen groben Schubser. Also, gegen K.O. Da muss ich sagen, da habe ich schon gedacht, hua. Und dann geht er im Ring mit dem Belt. Das sieht aber jetzt dummerweise der Charles Robinson. Der bumpt nämlich heute nicht. Nee, der hat halt All-Eyes, da wo sie hingehören, der verweist jetzt den Semmy-Saint in der Halle. Und jetzt ist der Semmy-Saint aber nicht doof und lässt dem Belt fallen. Jetzt liegt er da im Ring, dem Belt. Denk mal drüber da. Naja, es ist wie es ist. Mit der Welt passiert dann nicht mehr so viel. Das ist das Problem. Schwarz Robinson hat dann doch keinen Durchbring mehr und die Heels machen Heels-Sachen und die Faces gewinnen dann das Match. Weil Stunner an Jay, Broke Kick an Jimmy. Sieg für die Faces. Danke, Semmy. Ja. Das war doch ein toller Plan von Kevin Owens. Ja, das war toll, war das. Also, ich war nah dran, Kevin Owens den goldenen Mathe zu geben für dieses clevere Manöver. Aber die kriegt natürlich heute Becky Lynch, das ist ja ganz klar. Nö, der hat ja den Semmy erst mal Mindgames gemacht. Du musst den ersten Schlag machen und das hätte man ja gedacht, jetzt macht der Semmy Zen den ersten Schlag an Kevin Owens mit dem Gürtel. Nee, nee, macht der nicht, macht der nicht. Der wird ja dann rausgeschmissen vom Ref. Das war ja eigentlich. Also, der Semmy hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Und der Kevin Owens hat es aber noch richtiger gemacht. Der nutzt diese ganz kurze Phase, wo der Semmy rausgeschmissen wird für diesen Stunner. Ja, damit hat er den Roman gestunnt und den Jay gestunnt. Also, der Stunner hat sich jetzt so ein bisschen durch, der macht alles richtig und sein Team hat jetzt den Vorteil. Ich habe mir gedacht, fuck, das ist, das gab es einmal bei Survivor Series bei NXT hat man das gemacht, aus Versehen. Hier ist es ungewöhnlich, weil normalerweise gewinnen halt immer die Bösen, damit die Bösen immer zwei gegen eins haben dürfen und Vorteile haben dürfen. Aber hier ist es interessant, weil es halt genau in die Storyline passt. Weil die können jetzt die ganze Zeit sagen, Semmy, Semmy, du Böser, vielleicht auch Jay, du Böser, je nachdem, du bist schuld, dass die Blatt dann diesen Vorteil eben nicht hat und dass die Guten jetzt drauf holen können. Das ist eigentlich auch mal ganz interessant. Naja, man teast im Endeffekt einmal mehr, ne, dass es da richtig eskalieren könnte, es muss was passieren. Ich habe das in der Preview, die wir bereits erwähnt haben. Es muss etwas passieren und das Beste, was passieren kann, ist, dass Roman Reigns gepinnt wird. Gehe ich nicht mit? Nein. Ich sehe immer noch die Möglichkeit, dass Semmy sich von der Bloodline löst und KO von den anderen und dann machen die beiden eine gemeinsame Sache. Keine Ahnung, wer dann das Match gewinnt. Ist komplett egal, aber die als Tag Team dann, mal gucken, irgendwas wird passieren in die Richtung, da können wir sicher sein. Nicht einfach zu tippen, um nochmal auf Simpspiel zu verweisen, simpspiel.spotfight.de. Ich muss mir da nochmal Gedanken drüber machen. Jetzt sage ich dir ganz ehrlich, das ist, ja, die Wahrscheinlichkeit ist schon nicht so gering, dass, naja, ich weiß nicht, ob er gepinnt wird, ob er das Roman Reigns wirklich mal ein Match verliert. Wie gesagt, er ist heute nicht da. Jetzt wissen wir aber, die Faces haben Vorteil. Das heißt, der letzte Mann, der reinkommt in dieses Match, wird einer von der Bloodline sein und jetzt kannst du ja dreimal raten, wer das wohl sein wird. Das wird wohl der Roman Reigns sein und jetzt haben wir ja wieder zurückgedacht, letzte Woche, da kam er rein, war der Overlord und hatte alle drei möglichen Gegner und hat die eigentlich weggeräumt, bis zum Summerdown, ja, aber da hat man ihn schon gut dargestellt und ich glaube, das wird man wiederholen, oder? Das ist so ein bisschen der Fingerzeig für morgen. Ja, aber das ist eine coole Story, wenn er mit Reigns am Ende kommt und dann aufräumt, dass erstmal seine Jungs wieder schön machen dürfen und Semmy und Jay, ihr versteht euch heute mal hoffentlich und dann kann natürlich auch sein, dass Reigns am Ende vielleicht während des Matches, weil er so dominant ist, dass er dann auf Jay oder auf Semmy losgeht, wäre auch eine Möglichkeit, aber irgendwas muss passieren, ich bleibe dabei. Wenn das einfach nur ein geiles Wargames-Match wird, genau wie es damals, wir hatten ja dieses Dreier-Tag-Team-Match gehabt bei WrestleMania-Backlash. Wenn es einfach nur so was wird und am Ende passiert gar nichts, ja, was soll ich mir dann die nächsten Monate angucken? Dann ist irgendwann Royal Rumble, da schalte ich dann wieder ein. Die müssen jetzt eine geile Story für den Winter aufbauen, weil da ist jetzt einfach ein paar Monate nichts. Naja, wir wissen ja auf jeden Fall, dass nächste Woche mal Finale ist. Aber wie gesagt, wenn nächste Woche FS1 ist, dann wissen wir auch, das wird nicht die größte Smackdown aller Zeiten werden und das ist ein weiter Weg. Aber wir wissen auch, es wird Anfang Januar wird es eine, naja, eine Supershow geben von Raw, ja, das hat ja angefangen, bekanntlich im Jahr 1993 und dementsprechend wird man das noch zwischendrin haben vor dem Rumble. Vielleicht die letzten Jubiläumsfolgen waren, also da versprechen wir eigentlich gar nicht so viel. Dann steht da wieder so ein Drücke auf dem Gang und unterhält sich mit Sergeant Slaughter und yay, geil, Jubiläum. Ja, mal gucken. Aber da könnte natürlich auch ein Titelmatch passieren vor dem Rumble nochmal. So lange ist es dann eigentlich gar nicht, weil wir sind ja eigentlich, es ist ja dann bloß Dezember, da ist Weihnachten, Silvester und dann hast du schon diese Raw und dann ist Ende Januar schon wieder Rumble. Day One, wie gesagt, hat man rausgenommen aus dem Programm. Du willst sehen, das ist richtig, aber ich glaube, das werden wir dann bei dieser Raw sehen. Kann ich mir gut vorstellen. Titel morgen wird er nicht verlieren, das wirst du mal, aber er könnte natürlich morgen gepinnt werden. Das ist da dein Tipp und damit könntest du was aufbauen, wer auch immer das dann ist. Seamus, Drew McIntyre, KO, vielleicht Sammy, der Turnt, irgendwie sowas. Da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, die man da spielen kann. Es ist ein okayer Aufbau. Also ich hatte letzte Woche mehr Spaß an dem Endsegment, habe mich mehr heiß gemacht auf dieses Match. Andererseits hatten wir heute und damit kommen wir ein bisschen zum Fazit. Ganz am Anfang relativ viel. Also wir hatten gleich eine Becky, die returnt. Das hatte ich nicht erwartet. Wir hatten Bray Wyatt in der ersten Stunde. Die erste Stunde hat sehr, sehr Spaß gemacht. Die war wirklich gut. Die zweite Stunde war jetzt nicht schlecht, aber hat ein bisschen nachgelassen und am Ende war es mir ein bisschen zu lang gezogen. Das, was jeder erwartet hat, nämlich, dass es ein Brawl gibt. Okay, was will man machen? Viel mehr war dann auch nicht mehr drin. Man hat alles gezeigt. Man hat halt nur fünf Matches. Du kannst halt nicht nochmal fünfmal irgendwas anderes machen. Einzig, was mir ein bisschen nervt, ist vielleicht, dass man nicht doch nur ein fünftes draufgenommen hat. Und das hätte Gunther sein müssen in meinen Augen. Ja, hätte ich gerne gesehen, als die Titelmatch. Hätte man machen können. Oder eben Bray Wyatt, man hat Bray Wyatt auch nicht angekündigt für morgen. Kann natürlich trotzdem sein, dass er da ist, aber es hat sich an der Karte nichts mehr getan. Das ist die Nachricht, die ich noch versenden will. Ansonsten war es eine sehr okay Go-Home-Show, habe ich schon schlechtere gesehen. Boah, habe ich trotzdem jetzt irgendwie so ein bisschen, gerade mit beiden Frauen ist meine Laune ein bisschen gestiegen mit Becky, muss ich sagen. Irgendwie so ein bisschen. Ich dachte, das ist noch etwas Positives über Schotzi, aber da ist seine Laune wohl nicht gestiegen. Ach, ich finde er positiver. Tut mir leid. Also ich fand diese richtig, richtig stark die Ausgabe. Also es kam jetzt vielleicht nicht so rüber. Wir waren heute vielleicht wieder ein bisschen zu sarkastisch für diese Folge, für die es war. Es ging ja eigentlich immer um was. Also es ging, also erst mal Becky hast du als Comeback. Das war eines Pay-Wayers würdig. Das hätte ich auch morgen genommen. Dann hast du zwei World Cup Matches und ich finde diesen World Cup durchaus spannend, weil da wirklich was aufgebaut wird und erzählt wird. Das ist ein Vorteil. Bray Wyatt, das wird jetzt ein bisschen konkretisiert, die Story. Ich habe sie, glaube ich, jetzt mehr verstanden oder vielleicht immer noch nicht so richtig und dann ist es auch wieder witzig. Das mit den Wikingern, ja gut, das war jetzt halt so. Man hat ja das erste Mal richtig kämpfen sehen und Valalalala Long war mit dabei, meinetwegen. Das ist nicht so gut. Jay Usser, die Story fand ich wieder spannend, wo der da an der Tür stand. Das war auch wieder toll. Arna Rousey und Shayna Baszler, okay. Ich habe sie auch nicht geguckt, von daher fand ich es deshalb ganz gut. Es war immer noch so ein kleiner Turn, dass jetzt die Böse, dass die Ruckl so blöd ist oder so. Kann ja sein. Weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht mehr an Shotzi als vorher. Das gebe ich zu. Es ist auch nach wie vor nicht eines Pay-Per-Views für dich, eines Big-Four-Pay-Per-Views noch dazu. Und dann am Ende das letzte Match, das war auch absolut in Ordnung. Es ging auch da um was. Es ging um den Vorteil, das ist schon was Wichtiges in so einem Match. Plus diese Sache mit Kevin Owens, wie er schlauer das gemacht hat. Das war eine absolut starke Smackdown-Ausgabe. Da würde ich gar nicht viel Negatives sagen. Ich habe noch was Negatives. Aber nicht über diese Smackdown-Folge selber, sondern was mich wirklich triggert. Und da muss ich sagen, das ist so ein Überbleibsel von NXT. Das finde ich nicht gut. Wargames. Käfig. Ja. Zwei Ringe. Käfig drumherum. Da gehört ein fucking Dach drauf. Freunde, ich bin alter WCW-Fan gewesen. Ich kann doch nicht ein Wargames Match ohne Dach gucken. Das war bei NXT, hat mich das schon getriggert. Und die machen das morgen wieder. Marcel, das ist nicht in Ordnung. Da kann doch das Dach nie wegfliegen. Nee, doch. Den wollte ich gerade machen. Jetzt hast du mir weggenommen. Ich wollte sagen, die reißen das Dach ab. Ja, toll. Lass mich wieder schlecht aussehen. Lass mich wohl den Panzer raus und sage Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Bis morgen. Deiner Live-Review. Sonntagmorgen. Direkt nach Survivor Series hier auf YouTube. Spotify-Podcast. Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank. Für den Support. Denkt an die 250 Daumen nach oben und die 100 Kommentare. Mal gucken, wer gewinnt. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich keiner. Marcel, wir sind morgen live drauf auf twitch.tv slash herrflöter. Wir werden das gucken. Wir werden erst ein bisschen Fußball gucken, dann gucken wir ein bisschen Bobby Big Brother und dann gehen wir direkt rein zu Survivor Series. Wer Bock hat, kommt dazu. Das wird super. Tag des Kuchenes übrigens heute. Ich habe aber keinen Kuchen hier, deswegen ist das relativ langweilig, aber ich habe einen Panzer. Das ist aber ein Panzer, der töte doch keinen. Das wollte ich nur sagen. Das ist ein lieber Panzer. Also allenfalls hier die Person, die ich gerade schon gezeigt habe, die ich leider schon weggepackt habe. Aber es ist egal. Wir hatten jetzt unseren Spaß. Wir gucken Survivor Series an. Das ist ein Big Four Paper. Da machen wir uns mal nichts vor. Das wird toll. Herr Flöter möchte mir gar nicht zuhören. Ich höre mir manchmal auch nicht gerne zu. Jetzt schon. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende oder den Rest davon oder was auch immer. Fußball. Guckt, was ihr gucken wollt. Wenn ihr kein Fußball guckt, dann guckt das nicht. Und wenn ihr uns nicht guckt, dann guckt uns nicht. Aber hört uns und macht vor allem Daumen, 100 Kommentare. Herr Flöter ist nackt, 250 Kommentare und ich weiß gar nicht mehr, was ich machen muss. Ich habe doch schon Dankeschön noch wiedergegeben. Was erwartest du denn noch? Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschöbe du eh.